Was für ein Rumgezuckel im Markt? Was soll der Krampf denn? Könnte man sich sagen, jetzt ging es dann mal runter, jetzt geht es wieder nach oben. So richtig scheinen die Marktteilnehmer noch nicht zu wissen, was Sache ist und das ist in dieser Woche auch mehr als nachvollziehbar, denn bei der Datenlage so viele Unternehmen, die aktuell ihre Zahlen veröffentlichen, heute jetzt, die nächsten Tage über, dann die Notenbanken, die direkt davor sind, ihre Zahlen zu veröffentlichen. Viele Wirtschaftskennzahlen aus China beispielsweise, natürlich aus Europa, heute jetzt, ich will sie gar nicht alles aufzählen, ihr werdet verrückt, ich bin schon. Also insofern, das ist so heftig, was diese Woche zu erwarten ist und die Marktteilnehmer reagieren genau richtig, wir haben keine Ahnung, wir machen mal alles so ein bisschen. Also insofern nicht so richtig tolle Entscheidungsfindungen, die wir da aktuell haben. Dementsprechend kann ich euch beim DAX auch nicht wirklich was Neues erzählen. Und tendenziell fände ich es immer noch angebracht, wenn der Markt nach unten geht irgendwie, dass wir nochmal hier runterlaufen in der Richtung, scharf, hier macht er seinen Wackelpudding, danach nochmal nach unten. Das fände ich eigentlich herzallerliebst. Allerdings muss man auch sagen, dass die Abwärtsbewegung, die wir hier, das ist diese hier, bisher haben, alles andere als scharf in eine Richtung aussieht. Ihr seht das, so was kann das aussehen, so sieht das aktuell aus. Viele Gegenbewegungen, Überschneidung, ne. Also ich bin verwirrt und wenn ich verwirrt bin, mache ich nix. Im schlimmsten Fall der Gang zum Kühlschrank und was zu essen holen. Nein, also mal Spaß beiseite. Das ist so was Typisches, wo ich mich ganz gerne raushalte. Immerhin haben wir aktuell einen relativ starken Anstieg. Das ist schon mal einigermaßen verheißungsvoll. Korrektiv in die andere Richtung, also in dem Fall jetzt im kleineren Abwärts gesprochen, wäre eine Einladung für Long. Ob man das beim DAX heute Abend noch machen sollte, weiß ich nicht, aber gucken wir mal die anderen Titel an. Und da will ich euch noch mal ganz kurz das Nasdaq-Beispiel von gestern zeigen, was wir uns durchgesprochen haben. Ich habe bewusst hier nichts verändert, also das ist die Zeichnung tatsächlich von gestern. Nehme jetzt nur mal so ein paar blaue Dinger raus, die so ein bisschen das Bild erschweren. Naja, wenn ich es denn kann. Wir hatten gestern gesagt, schaut euch das Video an, wenn das Korrektiv hier runter bricht, also durch diese Korrektur, durch dieses Zwischentief hier bricht, ist es sehr realistisch, dass wir dieses Teilstück hier vorne, da hinten nochmal bekommen. Und ihr seht, dass die 100er Marke, das ist diese 100er Marke hier, das ist quasi die gleiche Länge. Ich kann es nochmal ein bisschen optisch anders darstellen. Das war der erste Teil, das war die Gegenbewegung und die 100er Marke ist hier und ihr seht, in diesem Fall war es pünktlich an der Stelle. Keine Sorge, nicht, dass ihr jetzt in Verzückung geratet, es ist nicht immer, dass es so pünktlich klappt. Häufig geht es auch ein bisschen länger, manchmal geht es auch ein bisschen kürzer, wobei länger statistisch häufiger ist. Aber die Näherung dieser 1 zu 1 Projektion, wenn das die erste Welle ist, sprich der Kurs von unten kam, das kam, es ist also die erste Welle. Die Korrektur bis in unseren typischen Korrekturraum fällt, das ist hier diese Box gewesen, über die wir gesprochen haben, dann ist es halt sehr typisch, dass beim Bruch dieser Zwischentiefmarke das erreicht wird. Jetzt seht ihr hier das Ergebnis. Keine Sorge, ich will damit nicht Werbung machen im Sinne von, guck mal, das klappt immer und tollster Mensch der Welt. Das kann ich euch jetzt schon sagen, das klappt nicht, aber wir haben gestern über das Chance-Risiko-Verhältnis gesprochen. Wenn es nicht klappt, verliert man halt ungleich weniger. Das, was ich mit der Maus jetzt hin und her gehe, wäre meine Verlustzone gewesen. Das ist meine Gewinnzone, ich muss also gar nicht immer richtig liegen bei dieser Geschichte. Vielleicht noch ein kurzer Nachsatz zu dem Nachzieh-Stop. Ich hatte euch zwei Sachen empfohlen, den etwas, was heißt empfohlen, aber zumindest mal anheim gelegt, darüber nachzudenken. Der etwas engere ist immer der Parabolik. Der hätte uns dann hier schon entsprechend rausgenommen. Auch immerhin toller Gewinn, aber natürlich weniger. Der Supertrend in der Regel etwas mehr offenhaltend, weil ihr seht schon, dass der irgendwann waagrecht dann läuft. Ihr seht, dass hier sind immer so waagrechte Phasen. Das heißt, der lässt die Chance, dass der Trade weiterläuft, dann offen. Und das wäre dann auch mit der Zielerreichung hier dann gewesen. Wie gesagt, hätte er auch, ich traue dem noch mehr zu, der wäre dann quasi auf ähnlichem Niveau hier trotzdem rausgeflogen. Also das hätte jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Allerdings hätte man die Chance gehabt auf vielleicht noch mehr. So sieht das beispielsweise aus, wenn wir unsere Trading-Entscheidung nach Elliot beispielsweise fällen. Etwas, was wir sehr gerne machen, was ich ja auch immer wieder hier zeige. Damit ihr das Auge dafür bekommt, jetzt mache ich mal diesen ganzen Schmuh hier weg, dass ihr ein Auge dafür bekommt, dass das die starke Seite ist. Und wenn jetzt wieder, wie gestern, dieses hier, das sieht hier ein bisschen unscheinbar aus, aber schaut euch, wie gesagt, das Video von gestern an. Dann könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen, wie wir uns das erarbeitet haben. Aber wenn das jetzt hier in die andere Richtung passiert, ja, wie so andere Richtung, naja, hier war abwärts stark und aufwärts dreiwellig. Hier ist aufwärts stark, wenn abwärts dreiwellig ist, wäre das hier die, naja, machen wir es mal, das hier sozusagen, die Trigger-Marke. Wenn die durchstoßen wird, das ist ganz wichtig, das muss er auch wirklich machen. Er muss diesen Trigger auch auslösen. Wenn die durchstoßen wird, ist diese Chance, dass wir das, was wir hier vorne haben, ich habe es jetzt etwas zu lang gezeichnet, hier hinten nochmal bekommen, relativ groß. Aber ihr seht schon, wir brauchen mehrere Bedingungen. Wir brauchen eine starke Bewegung, eine korrektive Bewegung und ein angezeigtes Ende der Korrektur. Und dafür ist ein Indiz, dass wir diese Zwischenmarken eben entsprechend durchstoßen. Deshalb rede ich immer da gerne vom Trigger. Ein Handelsansatz, der uns vielleicht heute Nachmittag oder in den nächsten vielen Stunden nochmal eine Möglichkeit gibt, hier im Markt was zu tun, hier beim Nasdaq, hier in dem Fall. Etwas anderes sind jetzt hier diese blauen Dinger. Das sind die, die ihr auch immer wieder mal seht von mir. Das sind die Bornbars sozusagen, die ich euch gerne vorstelle. Da haben wir sogar aktuell etwas im 4-Stunden-Chart, was ich euch in Born for Trading zwar vorstelle, leider heute nicht im Trade des Tages. Einige kriegen natürlich immer wieder auch die Updates dort. Bei dem Born for Trading gibt es die ja quasi täglich mehrmals, wenn ihr Handelssignale wollt. Aber im Trade des Tages stelle ich immer wieder welche vor. Den habe ich jetzt leider zeitlich nicht hinbekommen. Das wäre ebenfalls ein Signal, das Ganze hier zu handeln. Hier lief es ganz gut. Ich hatte euch gestern, meine ich, einen beim S&P vorgestellt. Ja, der ist dann im Endeffekt auch ins Ziel gekommen. Aber je nachdem, wie ihr nachzieht, werdet ihr hier vielleicht nachts, wenn ihr nachts nachgezogen hättet, wohlgemerkt, hier nicht mehr ein bisschen ins Ziel gekommen. Wäre allerdings dann auf der Seite okay gewesen. Ihr seht aber, die Oberseite war hier doof. Also auch hier der Hinweis, ich möchte niemals suggerieren. Guck mal, das sind immer nur positive Trades. Aber im Regelfall sind diese Marken bei Ausbruch gar nicht so schlecht, um das Ganze zu handeln. Also guckt euch das an, wenn ich da meine Ideen euch mal vorstelle oder vorschlage dazu. Eine Frage, die ihr dazu auch noch hattet. Ich will das mal gerade hier in dieses Video mit einarbeiten. Wie lange gilt das Ganze? Wenn ihr das im Trade des Tages euch anguckt, da habe ich immer die so lange bis ein Message drin. Oder so lange nicht die oder die Marke gebrochen wird. So lange bleibt die drin. Ob das 5 Jahre sind, 20 Jahre, das ist wenig wahrscheinlich, weil der Kurs ja irgendwann mal diese Marken durchstößt. Aber es gilt so lange, bis die Marken, die ich euch da angebe, durchstoßen sind. Also ihr kriegt das im Trade des Tages, beziehungsweise bei Bond4Trading ja immer von mir aufbereitet mit den sogenannten Cancel-Marken, ab wann das dann zu streichen ist. Also ist das hoffentlich einigermaßen nachvollziehbar. Ob das nachvollziehbar ist, was der Kurs hier macht? Na ja, zumindest mal ist die Aufwärtsseite jetzt nicht super schwach. Aktuell, wenn ich mir mal den Winkel angucke, der Knubbel, der könnte nochmal kritisch werden. Wann wird der kritisch? Wenn wir jetzt hier extrem dreiwellig unterwegs sind, wäre das sogar nochmal ein mögliches Short-Signal, was wir hier haben. Wenn der Kurs aber sich weiter befleißigt, dann nach oben zu gehen, also sogar noch einen Fünffäller ausbaut und nur korrektiv nach unten geht, dann sind wir in dem Beispiel, was wir uns eben am Nasdaq angeguckt haben, nämlich die Überlegung nach vorne, also nach oben jetzt hier das Ganze nochmal. Deshalb achtet darauf, was ist die starke Seite und die schwache. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber manchmal sehe ich das nicht, hier war es ja auch die falsche Richtung. Da hätte ich aber gesagt, dass die stark ist. Jo, hätte ich wohl auch eher, aber ihr seht, Abwehr zwar nicht schwach und vor allen Dingen hat nicht getriggert. Also diese Zwischenhochs, die wir hier haben, also diese Zwischenhochs, die wir hier haben, die sind nie gerissen worden. Also insofern gab es auch gar keine Möglichkeit hier, war ich aber falsch mit. Aber warum? Das passt so theoretisch nicht. Also insofern Wackelpudding im Moment noch angesagt. So richtig eine klare Richtung ist nicht da. Ich habe eine Vermutung, dass wir sogar dieses Hoch nochmal rausnehmen. Das ist aber eine Vermutung, die fußt darauf, dass dieser relativ deutliche Anstieg hier relativ weit gekommen ist. Wenn er so hoch kommt, dann geht er sehr gerne auch nochmal auf neue Hochniveaus. Ob das allerdings reicht, um weiterzulaufen oder ob der Markt nicht dann sagt, jetzt haben wir die Faxen dicke, das werden wir wohl abwarten müssen. Und wird maßgeblich auch abhängen davon, was die Notenbanken sagen. Und wer jetzt sagt, wieso? Ich dachte Chart-Technik ist das, was den Markt bestimmt. Nein, Chart-Technik bestimmt nicht den Markt. Chart-Technik stellt dar, wie die Marktteilnehmer auf die Nachrichten reagieren. Mit Begeisterung, mit Verzückung oder Verzögerung oder eben mit Zweifel oder Angst. Das wird man eben ablesen können am Verlauf. Der Chart gibt also nicht die Zukunft her oder was passiert, sondern der Chart zeigt nur, wie die Stimmung ist. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, stellt euch vor, eine super gute Stimmung und dann gibt es noch eine tolle Nachricht. Was wird wahrscheinlich passieren? Oder was passiert? Richtig blöde Stimmung und dann kommt noch eine schlechte Nachricht. Das sind die krassesten Beispiele, weil dann weiß man ziemlich klar, was passiert. Nicht ganz so klar ist es, wenn wir eine blöde Stimmung haben und dann kommt eine gute Nachricht. Entschuldigung, eine blöde Stimmung wäre jetzt ja eher in diese Richtung. Blöde Stimmung und dann kommt eine gute Nachricht. Dann hängt es davon ab, ob wir eigentlich in einem starken Umfeld waren. Und dann wäre nach dieser Pause eben der nächste Anstieg wieder. Und ihr seht, das ist quasi die Darstellung dessen, was wir im Chart eben immer wieder sehen und eben umsetzen können. Also vorläufig wohl eher die Aufwärtsseite. Wackelige Abwärtsseiten würde ich für Anstiege nutzen. Macht euch ein eigenes Bild, ob diese Korrekturen kommen. Das werden wir dann sehen. Beim Dow haben wir so ein bisschen die Situation aktuell. Das heißt, der Dow hat für mich im Moment von all denen die beste Chance, dass diese Anstiegsbewegung, diese Korrektur gute realistische Chance hat, noch ein bisschen weiter zu gehen. Und wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, aber wie weit, überlegt euch, ist das die erste Welle? Gucken wir uns an. Jawohl, der Kurs kam von oben. Echtes Tief. Zweite Frage. Wie weit ist der Rücksetzer gegangen? Ich mag gerne, dass der Rücksetzer in den Bereich 38, 50, 61, 8 geht. Jawohl, er ist da rein. Er sollte das Korrektiv gemacht haben. Das ist zum Beispiel dreiwellig. Jawohl, das hat er gemacht. Dann wäre das ein möglicher Trigger mit der Erwartungshaltung, dass sich der Trend, den wir hier gesehen haben, nochmal fortsetzt. Das heißt, meine Zielerwartung wäre, wir haben eine realistische Chance, dass der Kurs bis hierhin geht. Stop hier beziehungsweise die 78, tiefster Punkt, im Moment sogar höchster Punkt der Bewegung, könnte der Stop hier liegen. Ihr seht, das CRV ist nicht ganz so schön wie bei der Trading-Idee, was wir gestern hier gezeichnet hatten beim Nasdaq. Aber auch hier ist die Gewinnseite die größere Seite. Ob das passiert? Keine Ahnung. Aber ich finde, das Risiko, so eine Überlegung mal durchzuexessieren, finde ich akzeptabel, weil die Risikoseite deutlich kleiner ist als die. Und dieses Verhaltensmuster dafür spricht, dass die Chancen, das zu erreichen, relativ groß sind. Es ist keine Ankündigung, das passiert jetzt zwingend. Aber nehmt es als Leseübung, vielleicht als Filter für eure eigene Trading-Idee, ob ihr euch eher auf die Long-Seite im Moment bezieht oder eher auf die Short-Seite. Wisst allerdings, dass die aktuelle Nachrichtenlage natürlich schnell auch einen Dreh hat. Deshalb ist es wichtig, arbeitet mit Stops, zieht die hinterher und dann seid ihr meistens nicht so teuer. Wenn es läuft, freut ihr euch ein Loch im Bauch und wenn er dann dreht, sagt ihr euch, nehmt mit, was ich bis dahin bekommen habe. Mit diesen Anregungen lasse ich euch jetzt in diesem Moment allein. Drücke euch die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite unterwegs seid und wünsche euch alles Gute. Bis dann. Drücke euch die Daumen.